Yo Leute, Peace! Ich bin's der Maurice und willkommen zum letzten Italienvlog von meiner Italienreihe. Das war sie mir in Saalo und ich wünsche euch viel Spass bei dem Video. Lasst die Glocken läuten für den letzten Teil. Salo ist eine italienische Gemeinde mit 10.600 Einwohnern in der Provinz Brescia, in der Region Lombardai. Die Glockenläuten würde ich schon wieder sagen. Peace out, ich bin's der Maurice, wir sehen uns am nächsten Freitag wieder, hoffentlich zu einem neuen Video und dann tschüss. Schöpfung Tschüss Schöpfung Schöpfung Säger Schöpfung 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 Bis zum nächsten Mal.